Transferhammer am Deadline-Day. Delay Sports verpflichtet den 33-jährigen Kylian Mbappé von Newcastle United. Die Ablöse für den dreifachen Ballon-Dior-Gewinner beträgt 0,7 Bitcoin und kann sich durch Bonuszahlungen auf 0,8 Bitcoin erhöhen. Sportvorstand Elias Nährlich erhofft sich durch viele Tore des Star-Stürmers bessere Chancen auf den lang ersehnten Champions-League-Titel. Einen Abgang hat Delay Sports aber auch zu beklagen. Seitdem Felix Maga Trainer ist, standen die Karten für Kevin Pannewitz schlecht. Deswegen wechselt der 40-jährige Mittelfeldmann zum Aufsteiger Monster Energy Münster.